Mein Name ist Martin Rauk-Köpsel, ich bin 56 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Berlin. Meine Frau ist wie ich auch Psychologin und Psychotherapeutin und selbst unsere drei Söhne sind alles Psychotherapeuten oder zumindest studieren sie Psychologie. Wir sind also ein großer Clan von Psychologen und Psychotherapeuten bei uns. Die Vielfalt, die ich auch für meine Arbeit brauche, aber wo ich auch glaube, dass meine Klienten davon sehr profitieren, ziehe ich eben aus den verschiedenen Methoden, die ich erlernt habe, aber auch mir angeeignet habe. Mein Schwerpunkt, wenn ich eben von der klassischen Methode weggehe, ist das Psychodrama. Man kann sich das Psychodrama so vorstellen, dass eben dort nicht nur gesprochen wird über Schwierigkeiten, Szenen von damals, zukünftigen Szenen, sondern man stellt die hier in den Praxisraum, wenn man so will, auf die Bühne. Ich lege Wert darauf, dass es eben erlebnisnah ist, dass es tiefer einsickert und dass es auch nochmal verdichtet, was wir in den Gesprächen besprochen haben. Das kann dazu führen, dass wir eben über Tisch und Bäche klettern, es können zwei Stühle gegenübergestellt werden und man kann das erstmal in seinem Leben mit einem bestimmten Selbstanteil reden, mit dem man noch kein Arrangement hat, das also nicht integriert ist in dem kohesiven Gefühl, das bin ich, sondern da verselbstständigt sich was in mir immer, geht eigene Wege und da kann man eben einen Deal mit dem machen oder ihn befragen, warum kommst du immer in meinem Leben. Das kann eine Symptomatik sein. Ich hatte eine Klientin, der fielen die Haare aus und dann hatte sie ein Rollenspiel, ich und meine Haare. Und dann konnten die Haare endlich mal erzählen, was sie eigentlich versinnbildlichen wollen, wenn sie ihr ausfallen. Ich glaube, dass dieses Buch wichtig ist. Man kann die Vorurteile bezogen auf die Therapie auflösen. Man kann merken, dass das, was denen, die dort beschrieben werden, uns allen passieren kann. Das sind keine verrückten Leute, sondern Menschen wie du und ich, die in schwere Schicksale reingeraten sind. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!